Das war voll die Ruhephase in diesem Video jetzt. Ja, ne. Geh da weg, du bleibste Kuh. Ihr bleibt immer gerne mal irgendwie stehen, ne? Oh, verpiss dich da, Alex. Du bist wertlos und kacke. Die bleibt immer gerne irgendwo stehen. Oh, ich habe dich! Guck mal. Immer wenn du tot bist, bleib ich irgendwie voll ruhig. Aber diese eine Szene gerade so. Du bist tot, ich gehe nach unten alles so ruhig und ich drehe mich so einmal ganz rum. Ganz ehrlich, wenn du diese Mine auspackst, hört sich das auch eher an, als würdest du eine Bierdose aufmachen. Guck mal, den habe ich mit seinem Ding an die Wand geneigelt. Warst du das? War das nicht sogar ich eher? Ach, scheiß drauf. Das ist die Armbrust. Ich habe vorhin auch mit der Armbrust verarbeitet. Oh, das ist... Zum Thema Arm. Die machen immer mehr Schaden, als man so erwartet. Ist der Combine weg? So, und du bist wieder da? Ich sehe nichts. Ich auch. Weil 30.000 Combines da rausrennen müssen, weißt du? Ja, da stellt sich die Frage, Steve. Do you even praise the sun? Oh. Er ist geflogen, würde ich mal sagen. Oh. Was ist das hier? Oh, ich habe eine leere RPG bekommen. Ich bin tot. Wir machen so unerwartet viel Schaden. Das ist das Hafen gar nicht mehr gewohnt. Wir können aber so etwas vielleicht mal aufhören. Das kriegen wir noch durch. Das dürfte echt nicht mehr lange sein. Das sagst du. Ja, sag ich. Achtung, komm, komm bei uns. Jetzt kommen sie. Oh mein Gott. Kannst du nicht einfach mal in die Kugel geben? Ich hätte ja gerne gestanden, wenn da nicht eine Granate gekommen wäre. Fresse halten und gucken. Dann weißt du es. Lern es. Lerne es. Dann musst du lernen, richtig in Deckung zu gehen. Da stand ich in Deckung, bis eine Granate kam. Vielleicht geht man noch weiter zurück. So wie ich gerade hinter dem Auto stehe. Deckungsskills. 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 Ich bleib jetzt mal hier hinten stehen. Die lieber mal mit der Armbrust zusammen. Oh, sind das viele heilige Scheiße. Warum kann der Alex immer noch verrecken? Das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Deswegen bleibe ich jetzt extra hier so stehen. Das passt, das noch. Das wird so ein langweiliges Bild. Aber ich glaube, das ist besser, wenn ich Alex mal bei mir behalte. Findest du nicht? Ja, das finde ich durchaus gut. Tja, Alex. Du kannst nicht arbeiten. Ach du, dann kommen wie gesagt die... Mit was hast du denn da abgeschossen? Ein Combine. Ja, aber mit was für einer Waffe? Granate. So. Also mit so einer Granate. Mit so einer SMG-Granate. Boah, halt nicht viel aus, ey. Junge, die halten viel zu viel aus, ey. Spawnst du bitte mal wieder, weil ich bleib hier stehen wegen Alex. Ja. Ich glaube, ich muss doch das Standardausrüstung für was auch immer nehmen. Es tut mir leid, Leute, dass ich hier stehen bleibe. Aber wir wollen... Er hat schon verloren, weil Alex gestorben ist. Und das wollen wir nicht noch mal. Fick dich, Alex. Nein, Alex. Nein! Achtung, Alex ist auf dem Weg. Und ich kann da nichts. Sie ist hier hingelaufen. Alex, bleib doch hier! Guck mal, die läuft da auch voll rein. Weißt du? Ja, geil, richtig gut, richtig gut. Die läuft da voll rein! Was machst du? Ah, ich mach das mal kurz. Ja, es hätte ja alles geklappt. Aber ich verstehe auch die Logik der KI nicht. Die KI kämpft mit. Was ich auch komplett in Ordnung finde. Habe ich kein Problem mit. Aber warum läuft die voll ins Gefecht rein? Da ist doch klar, dass die KI stirbt, oder nicht? Lass mich raten, was du gemacht hast. G.O.D.? Ja. Na klar. Geh mal weg hier. Ich habe jetzt auch keine Lust, die KI noch irgendwie da zu halten. Nein! Alex ist wieder auf dem Weg. Das ist egal. Wollange ich da stehe, passiert ja nichts. Die haben ja ihr Feuer auf mich. Nein, die schießen hier rüber! Die schießen hier rüber! Dann tönt er sie. Das meiste Feuer hat immer noch nie auf mich. Aber ich bin dann nicht tot. So. Bevor jetzt hier jemand ein Cheater in die Kommentare schreibt, dann gibt es auf die Fresse. Aber ich... Ne, muss nicht. Ja. Dann lass mich doch auch... Ja, was willst du? Hey! Was machst du hier noch? Jeder sollte sich aus der Stadt entfernen. Der Kompon ist nicht einfach. Wir versuchen, genug Leute zusammen zu bekommen, um unsere Weg zu der Trainstation. Die Leute sind in einem Schraubhaus nahe. Kannst du uns da hin? Du bist sicher. Lass uns gehen. Diesen Weg. So, der Bahnhof ist nämlich das letzte Level. Und das ist das... Ja, ich kenne den Anfang von Episode 2, deswegen... Kennst du auch das Ende von 1? Das Ende von 1, nein. Aber das Ende von 2, leider. Ja, das Ende von 2 ist das Ende von... Ja. Hey, das ist mir. Öffne die Tür. Das Ende von 2 ist böse. Was war die Barone? Ernsthaft? Oh, jetzt wäre Zeit zum Ficken, sagt er gerade. Um das jetzt mal so auszudrücken. Na dann, liebe Leute, dann haut mal ordentlich rein. Wir wollen auch nicht zuschauen. Ein Headcrab-Kanister? Ja, die Headcrabs werden ja von den Combines verschossen. Ja, übernehme am besten so eine SMG-Eine. Ah, die Zumbines sind wieder da. Okay. Ich hätte daran denken sollen, dass es hier doch so eine Scheiße wird. Kann ich schrau... Oder? Black Meester ist schuld, so wie die jetzt einfach da angeschissen kommt. So, wir wollten, da wollten wir nicht langen, hm, what the hell ab, Kleiner, äh, what the fuck? Ach, er! Oh, nee. Was? City Scanner. Ich glaube, wir kriegen hier unser Brecheisen wieder. Ja, tun wir. Ich glaube, wir müssen kämpfen, damit die sich verpissen können. War doch! Guck mal, wir kriegen unsere Brechsteine. Kriegen wir sie? Half-Life ohne Brechsteine ist kein Half-Life. Ja. Ja. Gleich mal rumlaufen damit. Was kaputt schlagen. Oh, scheiße, ein Gunship! Der Hund, wir haben ne Brechstange, Junge. Die OP-Brechstange meinst du? Nichts kann uns aufhalten! Oh, fuck! Okay, wir sollten nicht die ganze Zeit mit der Brechstange rumlaufen. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Mir geht's gut. Wenigstens bleibt Alex da. Oh, Platz da, hier. Ne, die bleibt nicht da. Brechstangen-Man kommt! Jaaaaaaah! Okay. Nicht effektiv. Gut, dass das hier keine Kinder sehen, sagt sie. Dacht dein Charakter. Fakt. Wurde nicht die Brechstange raus, wenn gerade Combines auf dich schießen. Ist soweit saved? Sieht so aus. Sieht nach einem Ladeabschnitt aus. Ja, wer weiß, wievielte. Ich schätze mal noch drei Ladescreens, dann sind wir durch. Oh, Leute! Oh, scheiße! Und das hier ist das typische Krankenhaus-Setting. Keine Ahnung, ich bin grad im Ladescreen. Wir sind in einem Krankenhaus. Heißt soviel, wie es werden massenweise Zombies kommen. Ich verwette mein... Arsch dafür. Cool, ich will ja schießen, ne? Aber weißt du, warum... Jetzt geht's! Ja, lass mal. Die Combine machen wir schon. Ich hab meinen LX weggeschoben. Okay, der Zombie hat gewonnen. Der Zombie hat gewonnen. Der Zombie hat gewonnen. Was ist da? Was ist da, was ist das? Das wir tun, als ich in der Kamera war. ach ja genau jetzt müssen wir wieder stundenlang auf so ein dummes gunship schießen wir haben eine panzerfaust und das gunship ist da treffer ist erledigt das ding braucht vielleicht 10 20 raketen bis kaputt geht und es schießt uns den boden kann man ganz schön tot als ich glaube das gebäude ist nicht mehr so bewohnbar du mal entdeckung gut ich bleibe mal hier unten stehen so wie auch alex ich habe jetzt genau so da hocken würde ich nicht beim kaputten dach ich weiß das hat mir gesagt das bist du der sagt kann ich sein weil wie ich meine frau ja du bist davor gut wenn ich demnächst respawner dann ich bin tot ah fuck hier wo ich stehe kann ich nicht mehr stehen ich habe ein problem hier kann ich langsam nicht mehr stehen wir waren also trifft doch mal wieder kombine ground turret was habe ich denn erwischt das weiß ich auch nicht das habe ich zweimal heute habe ich zweimal auch schon getroffen deswegen das ist ein sniper wo ich selbst wieder